Arvo, wir versuchen nicht gemeint zu sein. Sind die Vorräte hier? Wie weit noch? Luke braucht eine Pause, hört auf zu schreien. Lass uns hierbleiben. Oh, der hat bestimmt auch Hunger. Wenn du da bist, sollten wir dieses Ort auszutauschen. Okay, ihr wartet hier. Ich mache sicher, dass das kein Walker-Nest ist, das wir uns selbst in locken. Ich gehe mit dir. Zunge rausstrecken, sei keine Memme. Passt, es ist okay. Nimm ihn, er ist nervig, er ist niedlich. Er ist süß. Ja, er ist, ist er? Die Kinder sind ziemlich wunderschön. Das ist wahr. Sie normalerweise sehen wie wunderschön. Hier, ich habe ihn. Komm her. Es ist sicher. Ich gehe mit dir. Ach, immerhin kriegen die ein Feuer zustande, ne? Um sich daran zu wärmen und so. Das kriegt man ja auch nicht bei den kalten Holzsachen da um sich, die alle nass sind hin. Aber die haben es geschafft. Das ist ja auch schon mal eine Leistung. Ach echt, wie kannst du das sagen? Alles Gute zum Wurzuch. Wie alt bist du geworden? Happy Birthday, Luke. Yeah, man. Happy Birthday. Thanks. So, that makes you... What? 27? That's right, I'm surprised you remember. Sure as hell feel a lot older. Don't even start with that shit. Got out of college five years ago. Feels like a million years. Gott, Luke ist so alt wie ich. Hoffentlich kann ich auch mal aufs College. Ich mochte die Schule. Was hast du studiert? What did you study? Majored in art history. That's cool. Sounds like you majored in working in a coffee shop. Pretty much. Oh, stop it. Did you get a minor in agriculture? Keep the old man happy. Oh, I almost forgot. We saving it for a special occasion. And while it being your birthday and all. Figure. This is as good a time as any. Where did you get it? Bill kept all the alcohol in the armory. He didn't like people imbibing. What's that mean? Drinking. He didn't think people should drink. Feel a little guilty taking the first... Whoa, wait! You gotta make a toast. I'm not really the, uh... Come on, birthday boy. It don't have to be fancy. A toast means we all got something to drink. Oh, we can just pass the bottle around afterwards. Go on. To the loved ones that we've lost along the way. And to the hope that we see them again. Someday. Hear, hear. That was real nice. Yeah? I didn't mean for it to rhyme. Well, I got first watch. I think the fence has got us pretty secure. I can't be too careful. The baby might be cold. Come on, Kenny. Just sit a little while longer. Nah, you stay warm. Clem, let him go. I'm gonna post up over near the hole in the fence there. Holler, if you need anything. Thanks, Kenny. But that baby sollte ja wohl besser da am warmen Feuer bleiben. Why nimmt er das denn da jetzt weg? It friert doch nur. The fire is real nice. Plenty of room if you want to get warm. Maybe in a bit. I didn't expect her to come back. Just when I thought I got her figured out. She up and surprises. It's a good thing. Save the house. I know, I know. I just don't know what she's getting at all this. She usually travels by herself. It has to be hard. Maybe she's just lonely. Well, that explained a few things. Oh, come on. I'm just teasing. Ed was stupid. I understand. She's a pretty girl. Once you get past all the dirt and duds. I don't know. Guess I just wanted to forget about all this shit for like ten minutes. Ten minutes? Man, that's longer than I'd last at this point. Hey! All right. All right. It wasn't ten minutes. Come on. We got a little one around. Sorry. Forget I said anything. I know what you guys are talking about. I certainly hope not. You're talking about kissing stuff. He, he. Ha. 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 Ich finde das schön, dass die da zusammen am Feuer sitzen und ein bisschen plaudern. Vielleicht mag sie ihn. Ich würde für dich zurückkommen. Ich finde das gut. Alle stehen auf Lug. Okay. Ja. Hm. Das war jetzt sehr lustig und schön irgendwie mal zur Abwechslung. Ich will jetzt trotzdem nochmal nach Kenny gucken. Ich habe die TV. Es fühlt sich wie immer, seit wir Elektrizität hatten. Da, da, little guy. Shh. Shh, ich habe dich. Ich habe dich. Hey. Oh, hey, Clam. Just, uh, needed some air. Kenny, there's air everywhere. I'm sorry for how I acted back there after Sarita was I just, I, I couldn't handle it. I'm sorry. I mean, you did what you could. Ich hätte mehr tun können. Du hast mir sehr wegetan. Ich muss sie nicht entschuldigen. I, I could have done more. No, don't say that. You did everything you could. I'm sorry if anything I said made you feel any different than that. It just makes me feel awful. I know, I can be a real shit sometimes. Stop. No, it's true. But I... I miss my boy. I miss him so much. Oh Mann, Kenny. Der... Der tut mir so leid. Der tut mir so leid. Katja war nett zu mir. Vielleicht wirst du sie eines Tages wiedersehen. Ich vermisse Dark Aar. Maybe you'll see them again someday. Whatever. Well, from here on out. I'm gonna try and believe that too. It's gonna be different with him. He's gonna get raised right. I won't make the same mistakes again. That's a promise. Das Baby könnte frieren, du solltest auch kommen. Das ist schön, dass er wieder zurückgegangen ist. Das habe ich mir auch gedacht. Ich meine, er zieht sich halt zurück und ich verstehe das total. Also ich kann sogar verstehen, dass er auch sauer auf Clementine kurzweilig war und alles. Ich hätte ja vielleicht auch mehr machen können, aber der hat so viel verloren, so viel. Und jetzt sogar in der Zeit danach wieder eine Frau verloren, mit der es hätte klappen können. Und dann verkack ich es sozusagen, indem ich Clementine nicht die Hand abpacken lasse. Aber ich weiß nicht, ob sie trotzdem gestorben wäre. Also vom Verlauf her glaube ich, dass sie anscheinend so oder so gestorben wäre. Könnt ihr mir vielleicht nochmal irgendwie sagen, ob man Sarita überhaupt hätte retten können? Wird das funktionieren? Ich möchte nur reden, ob man das dich willkommen fühlt. Wir sind alle Erwachsene. Ja, nur wenn du es peinlich werden lässt, weil du was mit Luke hattest. Ich bin ein Kind. Sicher. Du magst sie nicht, ne? Komm, als Kind muss man das einmal wenigstens probiert haben, damit man weiß, wie eklig es ist. Was für eine Sauerei wurdest du hier erwischt? Das ist wirklich bescheuert. All over the dining room. Sounds like a mess. Yeah, it was. Every couple years someone would step on a piece of glass that didn't get swept up and get mad at me all over again. The problem with glasses, it looks a lot like sugar crystals. That's never really been a problem for me. Keep it that way. Heilige Scheiße, du hast Glas gegessen, vielleicht solltest du nichts trinken. They pump my stomach. You ate Glas? I ate Glas. I haven't thought about that in a long time. I guess a deal's a deal. Here. Time to not make it weird. Sehr schön, auch Jane kommt zurück. Finde ich gut. Was ist jetzt mit diesen dusseligen Abo? Want to sit here? No. That's... I'm fine. Oh, yeah, okay. Wherever you like. Ich find das schön, wenn die alle zusammensitzen. Es ist ja jetzt quasi eine neue Gruppe, die dadurch entstanden ist. Und ich finde es wichtig, dass die auch mal außerhalb von so prekären Situationen zusammenkommen. Jane, you don't have to justify that with a response. Hey, I find it's best to just get this stuff out in the open. Less drama. Well, that's fine. But I can confirm there was no time for kissing. All right, enough of that. Hey, Clem. It's nice to hear people laughing. Yeah, it is. You just spend so much time trying to stay alive that you don't get a chance to enjoy living. Yeah, we need to make more time for that. Alcohol helps? Hell yeah, it does. Ja, was mit ihm denn? Er friert da hinten in der Ecke und fühlt sich scheiße. We got someone else that might need some help. Sounds like a waste of good rum. Verdebt nicht die Stimmung. Das braucht genau so. Braucht er nicht. Das macht es sogar schwerer, mit zu sprechen. Trust me. Ich mag es auch nicht, aber wir sollten es nicht zu verhören, eine schöne Nacht. Ich habe gesagt, mein Frieden. Ich glaube nicht, dass dieser Mann eine schlechte Person ist. Ich glaube nur, dass gute Leute manchmal schlechte Dinge machen. Und sie machen es viel mehr heute, mit dem Weltall zu sein, was es ist. So, ich glaube, es ist besser, dass... Leave me alone! Sorry, okay? My fault. I shouldn't have... Leave me alone! Sorry. It's okay. It's okay. She's in a better place. It's okay. It's okay. Maybe it's best if we all get some rest. Who knows how long a walk we got tomorrow. Yeah, that's a good idea. I'll take first watch. Thank you, Kenny. Really? I, uh... Don't mention it. You did good. It was nice while it lasted. You did good. It was nice while it lasted.